Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge League of Legends. Diesmal habe ich endlich packt. Diesmal hat es kein Wichser gebannt. Und ich habe endlich die richtigen Summoners dabei. Die gleichen wie vorher. TP und Flash. So wir fangen mit Relikt-Shield an. Alles geht los. Ich bin durch die ganze Zeit in... Hab ich doch gesagt. Ich hab gesagt, weil ich die Armut mal fängt an. Man, wie... Alter, wie war das? Man, dieses Scheiß-Beichte. Äh, dieses Scheiß-Kommentar. Kratzt sich Jogi nicht am... oder schnüffelt Jogi nicht am roten... äh, fuck wie denn? Keine Ahnung, wie das davor ging. Irgendwie ein geiler Spruch, Alter. Ja, ich kenne den. Ich kenne den. Aber mir fällt der gerade auch nicht an. Mann, der war so witzig ohne Scheiß. Mann, der war so krassig... Jogi nicht am roten, ist Deutschland... Mann, der ist so drauf, ist Deutschland ausm Turnier geflogen. Ne, ist doch irgendwas mit Deutschland eigentlich. Irgendwie... irgendwas mit Deutschland... Irgendwie ist Deutschland einfach auf jeden Fall. Ne, keine Ahnung. Ich schaue aber später und ich... Arie ihn kennen. Das glaubst du mir gewinnen? Wer spielt Canon? Ari Wer spielt Canon? Philipp, geht's auf Adi oder AP? AP Danke Gott sei Dank auf AP, wenn er mit ist Scheiße, du spielst Guck mal, wow Mega Whip Alter, ich bin das so scheiße Okay, ich hab nichts gesagt, Flesche Ich hatte noch mein DM Ne, 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 pass, geh weg Ich hasse, ich hasse fucking Melfight Mal esse, den hasse ich auch, Alter Das ist so ein Huhn Ja Prima, dann steh ich dir bei Das ist echt ein Huhn Dann komm hoch und steh ich nur oben Der will man steh bei Du, 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 du Oh, 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 oh Die Scheiße, Ari, Alter, geht dir mir auf den Sack, ey Ja, bitte Vorbei, vorbei Es ist ein Dämon Samurai Was das denn, Alter? Kenn ich gar nicht Das ist, das ist von, von fucking Two and a half man Als ob du dich kennst, Philipp Oh, ja, irgendwas hab ich im Hintergedanken Aber ich kann das jetzt nur Irgendwas hab ich im Hintergedanken Ich hab, ich hab, Philipp Ich hab gar keine Gedanken Der Philipp hat irgendwas im Hintertürchen, glaub ich Ja, das auch Oh, da hängt noch ein Hm Ne, egal, ich lass dir das Sonst Ja, da hängt noch der Kopf Von den letzten Ne, ne, da hängt noch der Kopf vom letzten Ja, das dachte, er kann war Wollte auch sagen, da hängt noch Ich hab' nicht geschrieben, da hängt noch der Kopf aus Aber das ist jetzt wohl Das hast du jetzt aber trotzdem gesagt Hab' ich fuck Philipp Ja War ja der Plan Ja, du bist ne Muschi, alter Das war der Plan Was? Mali, du bist du Ich spiel' dich 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 Ich hab, äh, einmal an, also der Eiz... Der Maul. Ich suche jetzt die Beichte, weil ich mich am Sack leckte. Ich möchte nur lutschen. Er geht sich am Sack lecken. Ah, er hat kein Flash und der Rango. Der Rango. Der Rango, genau. Hat auch geflasht, damit er ein Outfit draufgekommt. Das ist natürlich. GG. Das ist halt Rango. Aber gut, ist ja kein Flash mehr. Das juckt mich nicht mehr. Beton, aber sie hat keinen Flash mehr. Mich nicht. Bin da, ich bin da, um Flashes rauszuhauen, äh, um zuzuspielen. Sondern ich bin da, um Flashes der Gegner zu verbraten. Zu verbraten, Digga. Was labert der, ich bin scheiße. Wir sagst dann scheiße labern, wisst ihr das eigentlich? Besser ist gar nichts. Ja, wissen wir. Wir sind besser als gar nichts. Wir sind besser als gar nichts. Ja, aber was soll ich? Ich muss ja nicht sagen, wenn die die ganze Zeit scheiße labern. Alter. Es reicht, weil sie die scheiße labern. Ja, deswegen seid ihr leise. Mit wie weiter scheiße labern können. Ich brech deinen Backport ab. Nein! Oh, ich hab um einen Millimeter verfehlt, man. Es wär mindestens ein Flash gewesen. Ähm, der Ding ist, ist missing. Aber was, was der Düt für Eier hat denn das denn nicht weggegeben? Oh mein Gott, oh mein Gott. Friesen, oder Sascha? Sascha, soll er Friesen? Ja, klar. Sascha, Sascha, Sascha. Sascha, Sascha, Sascha. Er lacht einfach nur. Er lacht, er lacht die zu hart aus. Ja, okay, wir haben das glaube ich jetzt nicht mit Friesen. Hahaha. Ich bin nicht gleich fauggeber voll rein, oder? Oh, oh. Oh, oh. Alter, ich muss schon wieder weg, alle. Oh, what the fuck? Ich hab das gesehen, Sascha, das ist auf Aufnahme. Ich nehm nicht kennen den Geld. Oh, nö. Das ist das, was ich für ihn lieb bin. Ich nehm mir noch den Kinko mit. Oh, oh, oh. Oh, Shiku. Ahri, geht weg, geht weg. Ist vorbei, vorbei. Er ist ein Dämon Samurai. Bitch. Das ist das eigentlichste, was ihr könnt. Ja. Geht schnell weg. Ja. Du hattest guten Backport bekommen. Oh, wie läuft's? Ich sag zwar schnell, das ist Top-Lane, aber das ist ja IDC. Ich bin Top-Lane. Nein, bist du nicht. Ich bin Top-Lane. Du bist wirklich Dr. Mundo, oder? Ich dachte, du bist der Changler. Ja, moin. Fick dich, Alter. Hattest du. Du hast doch einfach in Ordnung. Nein, das ist der Klick. Ja. Ich hab' gehalten, aber... Du kannst doch nicht erholen, das ging poi. No, ich hab' die Flick Face, ich hab' die Flick. Ich hab' die Flickériohle. Ich hab' die Flick. das tut auch immer weh und ihn zu sehen ist gerecht noch schlimmer als ihm zuhören ja wie dir zuhören Ari fehlt ihr könnt ihr auch... ne, keine Ahnung wo die ist hau auf jeden Fall bot Zeit warum die Ari ist keine Ahnung wieso die hier ist ich guck mal ne, ein bisschen naja genau, der Jungler war grad top lang ähm, kommt der Wendel in den Quot oolter natürlich sterb ich genau nachdem ich geflasht bin und ich irgendwie davor okay, dann hättest du ja nicht geflasht wär doch dann pein arsch gewesen mann, ich kann ja rüber, er hat fast drauf top lang ist miss fast hätt ich nen kill gehabt, aber ne kann man ja nicht so sein push doch weiter, solange die noch bot ist wie die ist schon lang weg, alter ja, die ist schon lang weg ja, du kannst trotzdem noch pushen, die ist gar weg der Reng ist tot ja, ich dachte, sie ist mitte hoch er ist mit Fragezeichen ping ne, ich hab keinen Mana mehr ich hab einen Autofneckung ich hab einen Autofneckung alles in mir ah, danke du, ein netter Dude bin ich jup, das war ich du 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 mana mehr ich habe ihn erst ja was waren die für ne scheiß Hotation von denen grade Der hat keine Mana Geh auf Level 6 und töte ihn Du brauchst nicht mehr Spiel Oder? Ich weiß nicht wie viel ich dem brauchst Aber Du bist nicht einfach so Keine Ahnung, du bist nicht hat er noch Blast Ja, ok Du kannst immer noch wegrennen Ok So Ali, fehlt wieder Ähm MyFight ist back gegangen, der hatte nur noch 10 Leben oder so Warte, lass mich jetzt weg noch ab, Mann Ja, egal, ich hab's ja abgemacht Ich geh back So So Ähm Weck Weck Noch ein Trank Zwei Pinkwurz Und wieder Bot Mann, schade Bitte Ähm Malfight ist halt immer noch nicht da, gell Da ist er Doch ist er Ja, jetzt wieder Lügner Mann, ist das Ich bekomme schon wieder AIDS Ohne Witz hier Ich dachte, du hast AIDS Ah, der Robby hat grad geschrieben, was wir machen Ja, zocken, hab ihm geschrieben Ähm, der Ding war topside Ja, ja, ich hab's grad gesehen Aber vielleicht bekommen das ein bisschen Angst Doch Schwich Schädig All Bis dahin Ok, ne. Na, warte mal. Ah, die fehlt, ne? Warten Leute hoch. Was macht denn die Tos jetzt auf einmal da? Wow. Ja, my bad. Ja, ja. Passiert. Ja, wir können nicht jedes Game durchstoppen, ne? Ja. Warum nicht? Wäre ja langweilig. Schalten Sie ja nicht mal ein, weil Sie eh wissen, dass wir gewinnen. Hm. Ich finde immer ganz langweilig, wo verloren wird. Ah, Hecarim ist egal. Er ist schon das vierte Mal irgendwie, oder so. Jo, ich weiß nicht, wieso der Jungle irgendwie nicht Bock kommt. Ne, der war grad Topland. Hallo, ähm. Hallo. Willen wir da nochmal vor Anna? Ja, Mann super. Ich bin die ganze Zeit mega durchgestompt, Alter. Echt? Ja. Krass. Was bist du für ein Level? Oder was hast du im Spiel? Ich bin jetzt Level 7 mit dem Shinchi-Dings da. Ali, komm, Ali! Oh, du freust mich nicht viel schauen, ne? Inji. Ach, der mit dem langen Schwert, Alter. Ah, ja, ja. Hm, Adi, ist er voll. Hier rein. Hier rein. Ist doch ähnlich wie dieser Spacken heißt. Äh, ich bin grad noch in einem LOL-Game, gell? Ja, okay. Ja, okay. Ich bin gerade noch LOL. Linke raus. Oh, ey, ey. Ah, ey. Könnt ihr den nach vorne ausnehmen? So. Jo. Ich bin wieder vorbei. Ja. Sind wir auch zu. Sind wir auch zu viert. Yo. Ich will jetzt mal behaupten, es war für uns mehr Werf als für die. Werf? Werf, Werf, Werf. Wir haben Gewerf? Ja, aber wir haben, wir haben Gold für 6 Küls bekommen. Was ist denn Werf, Alter, Ali? Werf, kackler ab, me. Ich will Ali, wie lange ist das, Alter. Wer ich auch, wenn ich so aussieht würde. welcher weg sagt nicht gekickt ich weiß ja nicht der weg der rausgewerft hat natürlich geht noch den aufhänden ich hab gedacht flippen doch viel wie lange sich mal raus wenn man jemanden band kannst wir einstellen machen ich komme ich komme ich komme ich komme und alle du kannst sogar nur für eine sekunde band es geht auch das war das ja auch permanent man kann es auch sehr momentan verlassen wir sind permanent machen können oh mein gott ich will ja nichts sagen oder warte ich sag lieber nichts doch halt sie als sie da die samurai sind gerade zerstören das interessiert bestimmt jeden hallo die leute schalten bloß hier ein und zu sehen wie die leute von abschneiden ja denkst du dass ich habe ihn schon gerecht geklickt also ich habe ihn schon rechtsklick ja ich wollen jedoch nicht ähhhhh bin ich wirklich der einzige der gut steht ja ich weiß das nicht ja Ali wieder selbst beneisen ja ist doch so hochmut kommt vor dem fall Oli naja bei dir kommt kein Fall nee nee vor dem seel wolltest du nicht mit hoch kommen um den tower zu killen aber brüchst du nicht warum ähm ähm damit ich weg kann ich wüsste nicht wenn du kommst ja ja ich hab nicht auf die map geschaut ach so wollte ich mit dem farm ich wollte jetzt pushen mitgekommen könnten nein das ist das spotlight also den geht weg man wenn ich halt adi gewissere lekturen oh ne jetzt der Timo geht dann voll klar auf canon bitte den kenne er nicht relativ stark ähm äh warte es bei mir joh geh weg ne Faker äh Faker sag ich Reckless ist auf canon adc stark ach Reckless ist momentan nicht dabei weiß ich der ist vom bippo abgelöst worden Reckless ist gebencht ja kann ich aber auch gut verstehen weil das ähm weil mit der mitte nicht klar kommt ich mein was willst du den besten adc west spielen lassen wenn wir keinen adc brauchen nein find der nix ja ne ne isr ne ne ja Reckless ist ein megageiler spieler ich liebe den ich kenne aber kein einzelner so faker das ist so der beste adc oder einer der besten adc die es gibt und auf jeden fall der beste adc die eu aber nicht einer der beste adc die es gibt naja bestimmt nicht weil in asien gibt es bestimmt wieder einen wahrscheinlich bin doch mit einer der besten da gibt es immer einen du hast du das einer der besten ich habe gesagt einer der besten ich habe alles gefällt never mind sascha pass auf philip ja ja kein ding ich kann man easy weg dann ich kann nichts sagen aber ich fick gerade ali richtig 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 natürlich oder ali oder bus bauen drei zwei ich komm mitte ist ich doch wasser push mit dodge mechanics alter wir bräuchten mal hilfe ne hackern kommt bot ja ihr müsst aber bloß halten ihr dürft nicht fighten wir könnten wahrscheinlich sogar fighten einfach nicht machen hickern kommt ich habe keine ulti mit ulti natürlich easy aber ich habe keine ulti mit intern ich habe aber ulti ja aber du machst das die macht an sich keinen schaden so nein aber dafür halte ich mich für 20 mal länger durch hickern kommt ne zu euch ja das ist was ich schon seit einer halben stunde sag fascha komm den holen wir uns jetzt warte aufhalten ich kann mir doppelgol ich habe das gold bekommen danke ja es wäre mir egal gewesen wer das gold bekommt doppelgold ist immer noch besser als die einmal gold ja aber ich hätte trotzdem das gold bekommen so und so also war mir doppelt war mir das ganz gerecht hat aber ja ich bin schon unterwegs danke dass ihr gewartet habt ja er war ja eh im sonja war er das? das hab ich gar nicht gesehen ja oh der tower geht taun oder? ne alle überlebt ja das nein alter der tower überlebt oh nein hu das war close non der hat noch ein hp der tower hat noch ein hp ja ich weiß ich hab drauf gedrückt und dann geguckt und nicht einfach nur was gesagt ich geh weg ja so meine herren die haben eine mission ich hab tp gell ihr müsst da weg soll ich cp'n? ne ich halt nicht ne cp'n nicht ne cp'n nicht ich würf push weiter push weiter push weiter philip einfach bloß waveclean ok? ja kein ding wir wollen jetzt kein wobei dann wenn ich ult hab kann man ein fight passen sie kommen jetzt weg hau ab simon abhau ja ich bin da schon unterwegs ich bin eh mega schnell wieso lässt du mich den scheiß gold scheren? in mundo das ist so dumm das ist so dumm das hast du aber auch schuld das ist so dumm das ist so dumm ich werd ich werd zweimal 90 gold statt einmal ne ich dachte halt ich dachte halt ich wollte hier nicht mehr aufgehen deine mom alter deine mom ja das hat für mich unterschieden hier ja das hat für mich unterschieden hier und du willst mein Kumpel sein hier oh 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 ah ah scheiße hat die ulti getroffen? ja meine ulti getroffen mach das ich mach jetzt ein drake mach das und wak wake 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 up in the morning drake up in the morning we want a pussy i have the ulti kann ich einfach alle pumpen super ok ja wir haben botten push oder? ja lowi ich geh mal kurz slow blow ja slow blow slow blow 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 ja ich geh die bot pushen ne ja gut ich bin kurz top lane von mir ist ein oh gott alter wie er mir gibt alter ich wurde barren ja hab achso hat der hat der hat der gecleared den wort ja die sind alle äh alle man stimmt null ja dafür sind wir gleich eigentlich sollten wir barren machen ja mach den es ist schon zu spät ja es ist schon zu spät der der rango hat direkt muven müssen oh gott alter ey du hast ja auch gefeated du bitch naaaah besser gesagt der rango hat gefeated als habt ihr überlebt ich dachte hier schon alle wer peinlich ey hey komm haben wir auch noch ja ich komm warte 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 Sascha ja der weiß jetzt den soll sich rutsch machen komm wir auch noch ein bisschen so worden sollen dass wir müssen dass ich halt vernünftig tp'en kann ja haha du wixer haha Dima was tut er wix warum was ist daran zu schlimm was ist daran zu schlimm ja ne ich hab so schlimm alle du hättest aber was sagen du du hättest was sagen können weil dann hättest du ihn geexecuted ach so ja aber ich mein ich bin gleich wieder full live ja aber ich hätt den ding geexecuted hm ich dachte mir war das vielleicht zu risky oder so und ich OLTER wie ein WIP WANGER konnt ihr ja noch nix machen oder wenn der mal in die ulti drangemau ich komm mal kurz zu euch ne ich hau ab nein wave pushen sehr verflut jetzt ist der flash up jetzt ist der flash up ja wir haben Overstate wir haben Overstate wir haben Overstate wieso du hast Overstate ich bin easy weggekommen halt die Fresse wenn du mein Mundo bist oh fuck ich halte diesen Tower eisern ich kann damit fallen ich zeige 1,2,4 alter und weg tja Simon du stirbst hier sogar noch dafür und der Tower ist auch weg machen die Ballen und der Tower ist weggekommen ehhhh jaja hoch das gefällt nicht ja doch nein jaja ne Kurzzeitig auf irgendwie 100 HP oder so und dann ist die Arie gestorben und ihnen hat der Damage gefehlt Und meine Ulti war noch aktiv Ja Mundo ist halt verwitzig Ja Mundo ist mega geil, ich liebe Mundo Ja Mundo ist cool Ich hab den früher schon gerne im Jungle gespielt Mundo ist gefühlt einfach free Elo Ja Mundo, du stirbst halt nie Ups Bleib Ah da war ich jetzt Charmed die ganze Zeit, konnte ich meine meine Ja ich war auch mega lang, ich ziehste man Bist du noch weg, du bist schon weg Ja ich komm weg Ich hab trotzdem noch die... Ah fuck der Malefighter hat auch nur 2 Tore Hab kein Ulti Ja Mundo Ich hab' keine mehr Ich komm von der Seite Ist schon geil keiner von denen kann mich im Oral-one Außer der... der Varos, wenn er kalt Ok Hehe Was sagst du denn? Dann musst du einfach deine Q treffen, sonst losst du ihn. Ja. Kommt noch dazu. Wenn ich meine Qs nicht treffen. Lauf oder was? REIN! Ich dachte, ihr geht rein, Alter. Was ist das denn für eine Scheiße? Wir haben weggebeten von der Ulti von Melkert. Ich bin der Einzige, der gesagt hat, rein und ich war nicht da. Nein, da höre ich einmal zu und dann passiert sowas. Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Sascha! Ja, das ist immer cool, Alter. Ja, ich hab das zu. Scheiße, Alter, sowieso. Das war ein Freakilf hier, alles. Wie man jetzt schiebt? Ah, ja. Wer enttet denn? Ja, der Maifelt enttet. Oh! Oh! Das geht durch, Alter. Oh! Ich intet! Genau, das ist immer Gertz-Molp-1. Perfekt. Ich intet, Mann! Ich hab meine Ulti, das ist die Kunde zu früh gemacht. Egal, das ist immer eine Ulti, die den anderen auch noch. Jawohl. Hier haben wir reingereizt, Alter. Das juckt ihn einfach nicht. Da kennt er gar nix, ey. Ich bin so witzig, Mann. Ich bin so witzig, Mann. Ich bin so witzig, Mann. Ah, komm, gönnen wir uns mal einen Red Buff, gibt ja sonst nichts im Leben. Baron! Ja, ihr könnt ja, ihr könnt den ja, ihr könnt ja den... Renga, Baron! Kommt der, oder kommt der nicht? Wenn der nicht kommt... Ja, macht den, ich hab TP! Also dafür müssten erstmal die Leute kommen! Ulti bin, äh, ich push auf die Demo. Ich mach den noch K von mir, Alter. Und jetzt auch noch den Drake. Philipp! Oh! Ja, ist das so schwer, auf den scheiß Baron Call zu hören? Ich hab TP, hab ich nicht gesagt! Ja, du nicht, aber Philipp! Den letzten Calls, hör ich keinen, du, Alter. Wir haben die... Oh, was ist das? Ja, aber wenn da jemand kommen würde, dann wär ich noch nicht. Ich hab 4.000 Volt! Ah, Alter. So... Oh, ich stand mal 6-2, ey! Wie wichtig ist jetzt? 7-5! Naja! Wieder! Halt die Schnauze! Ähm... Soll ich mir... Ähm... Äh... Adaptive Helm lohnt sich nicht, Alter. So, was für mich hier will ich nichts mehr tun, Alter. Ich hätte mehr Game Impact als du! Hm, denkst du! Ich weiß es! Ich getoppt! Was kann man sich denn noch kaufen, was Helve bringt? Ich glaub, ich hol mir noch Frozen Wallet, Alter. Ich glaub, ich hol mir noch Frozen Wallet, Alter. Was soll ich mir kaufen? Ich glaub, ich stehe das... Stehe das... Äh... Gegner als Erfolg. Hm... Und danach hol ich mir... Also, wenn ich das Sterex hab, hol ich mir... Wie heißt das? Ähm... Wo man dann so schnell auf die Gegner zuläuft. Keine Ahnung. Ach, ich komm! Ach, ich komm, oder? Ähm... Righteous Glory hol ich mir danach. Also, ich hab jetzt eigentlich vor, wenn ich den Baron eine Spür zu beenden. Lol. Was soll das denn? Fuck, ich hab kein... Ich hab kein... Na, Alter. War ja komplett gewastet, alle. Ja, gut, nix. Das ist... Der Ernst ist... Ich hab der Heckern... Ich hab der Heckern... Äh, wie... Wie... Wie Tower macht schon... Ja, Doc, nimm mal ne Juckzehle! Nein, der... Der Tower... Der Tower macht keinen Schaden. Aber der... Der Ding hat mir halt irgendwie 10 Qs reingehauen und das halt dann irgendwann halt Schaden gemacht. Irgendwern müsste Botland... Äh... Deffen. Ich nicht. Nee, die Tablen gibt's. Jawohl, das ist gar nicht worth so. Ich pushe die nächsten... Die nächsten... Nach hinten geh ich jetzt nicht mehr. Schau mal Hilfe. Hm. Oder zieh mal... Ja, gut, dann mach das nur. Kein Ding. Denn? Ich bin Ali. Äh... Was geht denn eigentlich da noch drauf? Weißt du? Genau. Schau mal... Schau mal... Schau mal, dass du den... Den irgendwie... Ich bin einfach der Tank neben... Fucking... Nein, Hinte! Was wollte ich mir jetzt als nächstes holen? Äh... Righteous Glory. Das ist das einzige... Righteous Glory oder Titanic... Die einzige... Ich kann die Welt kurz fast ab... Half-Life exekuten. Ich bin tot. Die haben halt den einzigen... Useful Drake im Game gekriegt. Nein, ich komm... Ich komm so die Worte. Also, ich... Mich stören jetzt beiden Ocean Drakes nicht. Ich mein... Naja, aber... Ist die jetzt weg? Ja, alle anderen sind die halt... Ich geh Top Langer. Also, ich push top. Meifel ist ja wirklich ein Mund, sondern es wird echt weh. Ich kill den... Den Hacker und push top. Just do it. Backlots kommt. Er ist Level 15, der Typ. Was? Ich kann die noch nicht mehr... Ich hab 5.000 HP... Und bin noch nicht mal Full-Build. Hier, hier. Hier, hier. Hallo. Ah! Ähm, Adi, Adi, ich popst. Bin aufm Weg. Kommst du weg? Äh... Der hab mich echt getötet. Alter, war das close. Ach, ich Idiot. Ich hätte Entzünden benutzen sollen. Sorry. My bad. Alter, war das gut gespielt. Danke. Ähm, wegen Ding... Oder sollte ich sogar... Abbild... Ähm, ähm... ...item mit Magic Penetration nehmen. Soll ich verrichten? Du bist zwar Mundo, aber... ...so fett bist du auch nicht. Was? Ja, Simon, naik, natürlich. Wir sind nur dran. Obwohl, wir schon da stehen. Was ist denn los? Was wollt ihr denn von mir? ja du wolltest es doch du wolltest es doch aber ich hätte den Melkos noch beide mitgenommen eins gegen vier die waren es dritt oder? ja wow was gehst du überhaupt denn in eins gegen vier ich habe gegen den Melfight gewonnen und dann sind die halt gekommen da waren die halt dabei ja anstrasse mir die wegläuft oder der Wenger der was macht denn der eigentlich die ganze Zeit sterben älterdweck ist gespawnt alle viel spaß im Rändern ja ja trotzdem viel spaß du kann ich kein Ding machen keine keine Doppelpunkt einfach nicht sterben einfach nicht sterben den Ranger machen hat den Alter oh wer kommt denn da? Simon oder? go 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 ja Simon kommt ja ok ich komme nicht ran hier ja komm rein werf 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 wie lange er einfach zappt, wie lange er einfach auf die tower auszupackt hast du noch schnell wieder ulti? ne ne ich schaffte bis dahin hat er eben noch gut leben und vor allem gleich wieder full life er könnte einfach direkt zum fight gehen so ja warte, kann ich auch philip ich sterbe nicht den 2. tower schafft ihr jetzt für 4 mal also jungs, ihr habt minimal overstate ja ich wollte den 2. tower bitte bitte ne, Lukas ach, ich lebe jetzt schon wieder ich hab das für ulti gelesen ich hab das für ulti gelesen oho, hast du ja nicht alle 10 sek gefühlt nein, die hat 72 sekunden cooldown aber der beginnt halt, wenn ich starte also von dem her ja, ich mach noch ein paar camps lass mir bitte die camps, weil dann kann ich mir mein last item holen mit full bild ja ja komm, ich komm zu dir die machen Bärbeln, die wollen Bärbeln machen ja ja, ich bin da ja ja, ich bin da so schau ich mir das nicht hinbekommen ja, ich bin da ich bin da einfach ernst mach, nein du wirst sterben ach, fuck, ne ich hab gedacht, ich krieg den vielleicht noch was war das denn jetzt ich wollte nicht try'n wir, 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 wir müssten, wir müssten vielleicht ein wenig groupen oh, scheiße jemand sollte botline gehen ja philip, das war dein einsatz immer kurz fuck good job als ob die zu zweit den Bärbeln gemacht haben ja, hat ihnen nicht viel gebracht hat ihnen gar nichts gebracht macht ihnen sogar minus die hätten eher deathen sollen ich hab ganze Zeit vergessen, meinen Trinket zu wechseln ich hab auch noch der Start-Trinket wie du 300 Farben ich hab ich hab Most Farben in-game na ne 2 Varus hat mehr äh geil ist die die ja, komm, das das Game ist halt ein safe win ne, nicht safe nicht mehr, jetzt wenn wir alle auf Vollbild kommen ist unser, ist unser Feed scheiß egal, weißt ja, aber die haben ja fast keinen CC bis auf Maulfight und bis auf Maulfight Ari, äh, Varus ja, aber wir wir haben viel wir haben viel AOE-Damage und ich execute hier einfach ja ich hab absolut Ulti, alter mein Ulti ist einfach der K vom Game, alter ja natürlich ne, würde ich nicht sagen Tower-Dive machen wir die jetzt nicht die müssen eh gleich weg die müssen eh gleich weg die müssen eh gleich weg top mitte pusht mitte pusht rein die müssen gleich weg einfach tschön ja, erstmal wieder full life werden wer kommt jetzt nicht da das wäre ein Panther geworden das wäre ein Panther gewesen das wäre ein Panther gewesen scheiß Ding Möeh Scheiss core echt stop foi schuld warte das love ist warte hat das der Held nicht gleich weg leider Super perfil alter, ganz ehrlich ich tp jetzt einfach ich schau das this nahmenn, mach es nicht empfehle ich habe gewusst dass ich sterbe hätte ich sein müssen ich weiß ich wollte ich wollte verhindern dass die ich wollte verhindern dass ich aber das hätte hätte definitiv alles ausgehen können ich wollte dass die sascha köln die war nicht schlecht wie gesagt aber die hand die mich nicht fragt es werden zum penta gibt es so ein geiler center gewesen wer wirklich alt ist wir müssen die innen wieder kriegen ja immer machen wir schon müssen jetzt einfach mal gruppen richtig ich wurde älter weißt du noch mal auch du scheiße ich bin gewonnen wir wollen jetzt erst mal Bricht ihn ab! Ja, ist das scheiße gespielt von mir Hab ich doch Push einfach top weiter Fahre ich da an zu fliegen, scheiße Die kommen jetzt glaube ich Wie viele sind in Bord? Wie viele sind in Mitte? Drei Ja, die anderen beiden sind da Good job Die kommen alle Simon Simon weg 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 Die kommen jetzt alle Ja, ich seh's Fascha Lass den Alter holt er rein Alle Alter Die kriegen mich, die kämen müssen Ja, ist egal, wir holen den Alter Sollten nicht mehr reset sich kommen Sollten nicht mehr reset sich kommen Sollten nicht mehr reset sich kommen Jetzt hab ich keine A da Ich seh egal Du bist dann einfach das Opferlamm Du bist dann einfach das Opferlamm War zu scharf Alarm Ja, was anderes kann man grad nicht sagen Ja, aber nicht Hallo, ich bin das Opferlamm Ich bin der Promundo, der sich für sein Team vor die Gatling schmeißt Und wer essen ein Sandwich ist Und wer essen ein Sandwich ist Die Gatling der Sascha Boah, was essen Boah, was essen Wär jetzt geil Boah Halt Faul Du weißt doch, dass ich scharmen kann Wie so ein Stück Scheiße einfach Ja, ich seh halt so, tust du auch Bleib einfach bei uns Alter, du willst mich doch verarschen Nope Safe wünsche ich auch für mich anders da aus Jungs Ich spiel safe Du Naja, das ist dann irgendwie voll aggressiv Dass der Philips stirbt die ganze Zeit Dauernd Wie er gewusst ist Ja, ist klar, stimmt schon Der ist schon fünf, der Rengar What, Drake? Äh, Baron Ne, Alter, wieso macht der den Rengar, Alter? Das ist absolut Die haben einen Free Baron, Alter Wollen die einen Free Baron, Alter? Hey Ja, wenn die den jetzt machen, ist der Free Ja, ich bin auch im Stoch, Alter Ja, eben, einfach ein bisschen Dein Stochern Und die Olga Ich hab Maus vorm Inge Ach, jetzt hat Sascha mehr Ja 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 Verzippt Ich hatte einen Stplek statt zwei Oh mein Gott Ymmmm Wie heißt das Item? Hier g.A? Das ist das Of hell Einfach Nein EndjD Der Rengar ist für'n Arsch, wenn ich das mal so sagen darf. Mir hat die Harde gekillt, nicht so verkehrt. Ich hab erst in 7 Sekunden ult. 5, 4, 3, 2... Soll ich den Inhip machen? Von den? Warum haben die immer so riesige Waves? Das nennt man Waves-Management, was wir nicht machen. Kann das nicht. Du nimmst die 3 hinteren Magier-Minions und dann hast'n Slow-Push. Und dann bount sie sich so hoch. Und dadurch ist der Gegner gezwungen, mindestens einen hinzuschicken, sonst fällt der Tower. Ja, ich... Oder Sascha? Äh, ich hab nicht wirklich zufrieden gemacht. Sorry. Haha, der war aber nicht zu, Digga. Geh, geh. Ja, ne. Kann wieder Wolle, Sascha. Muss ja nicht feinig sein. Wolltet man bitte jemanden barren? Jo, gleich. Das ist definitiv schnell top. Der Barren wär wichtiger gewesen. Aber ich fehle den Hacker-Rim. Der Hacker-Rim ist die ganze Zeit hier oben. Wir machen Teilen, geh mal zum Teilen. Bin doch schon unterwegs. Weiß nicht mehr. Weiß nicht mehr. War zu gut. Derkov ist geil. Ja. Wollt er zeigt ja noch auf einzelne Stecker. Okay. Du hastiliar. Du hast einen. Doch. Du hast nicht was. wie er mich dann 3 gg er kann aber pushen ab genug zeit einfach rein einfach bitte unter e-sport ja einfach bitte runter ich kann die ich kann die ich kann die nicht vorhanden wenn sie würden gar nicht der strage war war der gegner hatte teilweise hatte ich 7.000 leben 7.000 warte ich kann das sogar zeit lang machen das drin steht kann das fünf sekunden lang machen Ok. Better meets wins, Alter. Wir hatten Philipp. Ok, Jungs. Das war die nächste Folge. Das ist eine XXL Folge. Ja, absolut. Aber war balanced. Hey! Silber Noobs! Silber Noobs sind heute zu schlechten, um ein Game zu finischen. Hier habt ihr den mir weiß. Haut rein, wir sehen uns im nächsten Mal. Ja, tschau.